Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wollen wir dir die sechs schönsten Sehenswürdigkeiten in Halle an der Saale vorstellen. Unsere erste Station ist das Landesmuseum für Vorgeschichte Halle, eine wahre Schatzkammer für Geschichtsliebhaber. Es beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Fundstücken aus der prähistorischen Zeit, darunter die weltberühmte Himmelsscheibe von Nebra. Tauche ein in die Geschichte der Menschheit und lass dich von den faszinierenden Ausstellungen inspirieren. Nun geht unsere Reise weiter zum Roten Turm, einem Wahrzeichen von Halle, welches sich majestätisch über der Stadt erhebt. Der Turm ist 84 Meter hoch, wurde 1506 fertiggestellt und war einst Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Besichtigen kannst du den Turm im Rahmen einer Führung. Als nächstes besuchen wir die Marktkirche Unserlieben Frauen, ein weiteres Juwel in Halles architektonischer Krone. Dieses beeindruckende Gotteshaus ist ein Meisterwerk gotischer Architektur und eine Städte tiefgehender Spiritualität. Betrete die Kirche und bewundere die prächtigen Glasmalereien, die kunstvollen Altäre und die ruhige Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Unsere Reise führt uns nun zum Händel-Denkmal. Halle ist stolz auf seine Verbindung zu Georg Friedrich Händel, einem der größten Komponisten aller Zeiten. Das Händel-Denkmal ist ein eindrucksvolles Monument zu Ehren dieses musikalischen Genies. Es ist der ideale Ort, um die Musikgeschichte zu würdigen und die Schönheit von Halles kulturellem Erbe zu erleben. Wir machen nun Halt im Kunstmuseum Moritzburg, einem Paradies für Kunstliebhaber. Hier findest du eine beeindruckende Sammlung von Gemälden, Skulpturen und anderen Kunstwerken aus verschiedenen Epochen. Die Ausstellungen bieten Einblicke in die Vielfalt der Kunstgeschichte und veranschaulichen die künstlerische Entwicklung der Region. Aber nicht nur das Innere ist sehenswert, denn das Museum befindet sich in der rekonstruierten Ruine der Moritzburg. Unsere letzte Station sind die Frankischen Stiftungen zu Halle. Sie sind ein einzigartiges Kulturzentrum, das Bildung und Wissenschaft fördert. Besuche diesen historischen Ort, der von August Hermann Franke gegründet wurde und erkunde die eindrucksvollen Barockgebäude sowie die vielfältigen Bildungseinrichtungen und Museen, die hier beheimatet sind. Das war's mit den sechs schönsten Sehenswürdigkeiten in Halle an der Saale. Wir hoffen, dir hat unser Video gefallen. Noch mehr tolle Tipps für Halle und andere Orte kannst du auf unserem Blog entdecken. Den Link dazu und auch zu unseren anderen Social Media Kanälen findest du in der Videobeschreibung.